So, hast du bekommen. Tabakwaren könnten wir einkaufen. Machen wir mal. Kakao. Joa. Und dann fahren wir wieder zurück. So, währenddessen kommen unsere Tabakwaren so langsam mal an. Ach, sehr schön. Alles wieder voll. Alkohol ist auch wieder da. Unsere Leute sind wieder fröhlich und besoffen. Es fehlt an Nahrung. Uh, das ist schlecht. Äh? Hä? Aber nicht hier. Ach, das ist mein Gebäude. Ha. Ja, wisst ihr was? Ich will das gar nicht haben. Weg damit. Cool. Wir haben das Gebäude übernommen. Ich hab mich schon gewundert. So, dann, äh, nur noch die hier vernichten. Für euren Erfolg steht euch ein Triumphbogen zu. Ah, guck mal. Weil wir das Ganze erobert haben, dürfen wir einen Triumphbogen errichten. Den, äh, kann man über einen Weg bauen. Ist gar kein Problem. Tada. Aber ich werde ihn einfach mal so bauen, dass er hier so direkt so steht, dass die Leute direkt drauf zugehen können und nicht runter durch. So, wunderschön. Ach, sind wir gut. Ja, so ist Leben. Da habt ihr wieder Tabakwaren. Kakao kommt auch räuchlich dazu. Ach, ist das schön, ist das schön. Ja, so kann's laufen. Wir erlauben unseren Leuten, dass sie sich weiterentwickeln. Du wirst jetzt derjenige sein, der hier immer einkauft. Und das Kleine wird das, äh, sein, das hier einkauft. Schöne Sache, schöne Sache. Ihr kommt jetzt mal mit. Ihr werdet gleich transportiert. Und zwar von hier runter auf unsere Hauptinsel zurück. Und dann werde ich diesen ganzen kompletten Posten aufgeben. Hört sich blöd an. Es tut mir auch leid, aber ich muss den Blauen unterstützen. So geht das nicht weiter. So, Alkohol kommt mit. Tabakwaren kommen mit. Ab geht's nach Hause. Und hier hatten wir ja sowieso nur ein bisschen was mit Stoffen gemacht und ein bisschen was mit Alkohol. Das hat sich also erledigt. Dann kommst du mit. Ja, wir haben einen Spieler komplett ausgerottet. Das ist das erste Mal in Anno 1602, dass wir sowas, so einen Erfolg feiern können. Wahnsinn, ehrlich. So, rein da. Rein da, genau. Und dann gehen wir ab nach Hause. So, du hast schon wieder Waren mitgebracht. Das ist sehr gut. Die können wir dringend gebrauchen. Und euch liefern wir wieder zu Hause ab. Und werden uns nun darum kümmern, dass wir den Rest hier abreißen. Und dann wünsche ich ganz viel Erfolg für den Blauen, dass er hier auf diese Insel geht und sagt, Mensch, da lasse ich mich nieder. Und wer weiß, vielleicht errichtet er dort ein größeres Gotteshaus, hat mehr Leute und wir haben Glück. Erstmal werden wir ihn jetzt angreifen, dass er nicht versucht, irgendwas zu errichten. Und dann werden wir uns auf seiner Insel niederlassen. Es geht wirklich bloß um wenige Dinge. Es geht nur um Alkohol und... Gott, was waren das andere, was wir brauchten? Ich weiß es gar nicht mehr. Alkohol und noch irgendwas war wichtig. Hm. Kakao? Nö. Stoffe, Stoffe. Genau. Und für Stoffe brauchen wir nicht unbedingt irgendwelche besonderen Ressourcen. Das geht so. Wie sehen unsere Verträge eigentlich aus? Oh, mag der Rote uns nicht mehr? Es tut mir aber leid. So, pass mal auf. Du bleibst hier. Du fährst jetzt hoch. Hoselst unsere Leute. Genau. Hosel sie mal. Ihr kommt mal bitte runter. Du greifst hier schon mal an. Mach mal die Mauer weg, dass wir dort auf jeden Fall landen können. Das rote Schiff scheint schon seit längerer Zeit kaputt zu sein. Er hat auch keine Gewürze, ne? Er hat nur Alkohol. Das heißt, eigentlich bräuchte er die Insel und wir könnten die behalten. Aber er würde sich ja dann trotzdem nicht um das Notwendige kümmern. Ach, Quatsch, Mensch. Du bleibst doch oben. Wo sind unsere Leute? Die stehen doch da oben, ne? Die sind nicht runtergekommen, weil sie gar keinen Weg haben. Krieg führen dauert nicht nur lange, sondern verbraucht auch ziemlich viele Ressourcen. Nicht nur im eisentechnischen Sinne, dass man die braucht, um Kanonen und sowas alles zu bauen. Nein. Sondern eben auch im Sinne der Nahrungsmittel und sowas alles. Einer fehlt mir. Ein Kanonier ist weg. Du bist zwar einer, aber du bist, glaube ich, bloß fertig ausgebildet, oder? Einmal kurz reingucken. Ja. Ne, du bist der. Du bist derjenige welche. Hier passen bloß vier rein. Das heißt, du wirst noch einmal hin und her fahren müssen. Dann fahren wir jetzt. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Schöne Sache, schöne Sache. So, dann legst du mal an. Lässt die Leute nieder, fährst wieder hoch, holst die anderen beiden. Nö, du sollst hochfahren, Mensch. Du sollst jetzt angreifen. Wir hauen hier alles kurz und klein. Keine Holzproduktion, keine neuen Gebäude, keine neuen Gebäude, kein Geld. Und ohne Geld, pleite und nichts könnerisch. Na, die Kirche hätte stehen bleiben können. Weberei kommt weg, denn hat er nämlich nur noch Wolle. Und mit Wolle allein kann er nichts mehr anfangen. Tja, so schnell kann es gehen. Und schon hat er keine Möglichkeiten mehr. So, wir bleiben hier in unserem Besitztum. Hier wird nichts mehr abgeholt. So, du nimmst die beiden noch mit. Und danach fährt er hier hoch und holt erstmal unsere Ressourcen wieder ab. Gott, der hat aber auch eine Riesenflotte. Nee, da sollst du hin. Nur nicht angreifen. Okay, alles gut. Wir haben uns gerade so wieder gerettet. Wird ihm mal ein bisschen, bisschen Geld geben. So, wollte ich nicht. Entschuldigung, das ging aus Versehen schief. Sollte nicht meine Absicht sein. So, du nimmst jetzt erstmal wieder weitere Tabakwaren mit. Wir brauchen Wein. Alkohol. Ab nach Hause. Ganz wichtig. So, dann du. Lässt erstmal die beiden Leute raus. Dann brauchen wir Krieg. Und mit Krieg kämpfen wir. Haben wir noch irgendwo irgendwelche anderen Gebäude? Nein, haben wir nicht. Wir müssten jetzt eigentlich sieben von denen hier kontrollieren. Joa. Nee, fünf. Fünf waren das, genau. Alles weg hier. Perfekt. Guckt euch das an. Den hat's fast komplett zerlegt. Sehr schön. Wunderbar. Guckt euch das an. Wir haben alles zerlegt. Alles ist weg. Da hat er schon einen neuen Marktplatz gebaut. Das ist nicht die Possibility. Hoch da. Raufballern. Ach, hier haben wir noch einen Fischer. Na, nicht mehr lange. Gar nicht mitbekommen, dass der noch Nahrungsmittel produziert. So, jetzt ist Schluss. Endgültig. Unsere Ressourcen müssen wieder zurück an unsere Leute gehen. Gewürze werden wieder knapp. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Ach, ihr seid aber auch ein nettes, treues Volk. So, du gehst wieder nach oben. Soll eure Herrschaft rühmen. Ach, wir sind einfach die Besten. Gut, dann dürft ihr jetzt wieder nach Hause. Wir haben's geschafft. Wir haben jetzt den Zweiten erledigt. Getötet. Und hoffen, dass der Blaue sich jetzt ordentlich ausweitet. Vielleicht in einer seiner Inseln, die er bevorzugt. Und währenddessen werde ich mich jetzt weiter um die Schafe kümmern. Denn mir geht doch das Zeug langsam aus. Jetzt habe ich den Weg abgerissen. Ich habe's gesehen. Keine Sorge. Gleich kommt er wieder. Da ist er wieder. So, und wir brauchen... Eine Webstube. Da ist sie. So, dann müssen wir das noch wegreißen, damit er da durchkommt. Okay, ihr geht alle wieder ins Schiff. Verpieselt euch. Und der Blaue soll machen, was er will. Na, komm hoch. Guck mal, 994 Leute haben wir. Wir brauchen im Prinzip nur noch 6. Das geht ganz schnell. Einfach nur ein Haus bauen. So, bauen wir hier hin. Ist noch im Bereich der Kapelle. Alles gut. Du setzt mal unsere Leute wieder ab. Du gesetzt dich dazu. Und dann fährst du hoch. Wir brauchen wieder Tabakwaren und Alkohol. Ganz wichtig. Wichtig, popichtig. Und unsere Produktion, was jetzt hier das ganze Zeug angeht, müsste auch in Ordnung sein. So, Blauer, tu mal was. Mach mal was für dein Geld. Bau nicht nur Steinstraßen, sondern beginn auch damit, endlich mal irgendeine Kirche zu bauen oder irgendwas anderes zu machen. Weite dich aus. Walte deines Amtes. So, Alkohol kommt mit. Tabakwaren kommen mit. Ab nach Hause. Ja, uns fehlen nur noch 4 Leute. Dann haben wir schon mal unseren Teil der Abmachung geschafft. Denn wir haben 850 Kaufleute. Und der Rest davon sind entweder Bürger oder irgendwelche Arbeiter hier. Siedler haben wir auch. Sehr schön. Guckt es euch an. Noch 2 Leute, dann haben wir es geschafft. Fehlt nur noch, dass unser Konkurrent langsam mal vorankommt. Das heißt, wir unterstützen ihn im Aufbau. Und wenn das nicht geht, wenn das jetzt wirklich noch 1-2 Folgen dauert, dann lasse ich es auch sein. Und werde die Folgen wahrscheinlich auch löschen. Und werde euch dann sagen, dass es nicht geklappt hat. Oder dass es geklappt hat. Oder wie auch immer. Und werde dann das Ende dazu schalten. So. Eure Stadt hat eine Größe von 1000 Einwohnern erreicht. Juhu. Und er ist auch schon Bürger. Sehr schön. Jetzt bist du dran. Mach was draus. Angebot. Nachfrage nach Gewürzen. Gewürze, Alkohol, Stoffe. Also das, was wir im Prinzip auch brauchen. Alkohol kann ich dir anbieten. Stoffe muss ich mal sehen. Äh, wird knapp, du. Ich nehme mal welche mit. Werde dann auch gleich wieder neue produzieren. Also nochmal ein bisschen mehr bauen. Stoffe, 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 Schafe. Erstmal die Schafe. Die scharfen Schafe. So. Noch mehr Schafe. Auch auf dieser Ecke. Nee, das war ein Fehler. Natürlich sollte der, der komische Mann, der hier durch die Gegend zieht und die Schafe abholt, äh, auch noch durchkommen. Ah, ist alles dumm gebaut hier, aber das ist mir sowas von egal. Ich will jetzt einfach bloß was schaffen. Ich will fertig werden. Denn so langsam ist die Karte doch schon lang genug. Stoffe hat er auch abgenommen. Alles gut. Gewürze braucht er noch. Und Nahrungsmittel. Ja, wenn du mal ein größeres Gotteshaus bauen würdest, mein Freund. Das wäre optimal. Dann würdest du vielleicht auch mal wachsen. Was brauchen die Leute denn? Stoffe, ja. Was anderes würde er hier gar nicht akzeptieren. Gut. Wir machen es folgendermaßen. Ich lasse das jetzt noch ein paar Stunden laufen. Wir sind ja eh nur noch zu zweit hier auf der Karte. Jetzt passiert nichts Spannendes mehr. Ich will ihn ja nicht attackieren. Ich will ihm ja helfen zu wachsen. Und dann hoffen wir, dass er irgendwann auf die tausend Leute kommt, nicht? Wir sehen uns im nächsten Part wieder wahrscheinlich schon in der neuen Karte. Denn ich werde jetzt nicht großartig noch was machen. Wir haben unsere tausend Leute. Wir haben es geschafft. Verdammt. Wir sind eigentlich schon die Besten. Und mehr als ihm Ressourcen geben. Und ihm Möglichkeiten zu geben, sich irgendwo anders niederzulassen. Können wir nicht. Geht nicht. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.